Ein Zugsunglück in Tirol fordert zwei Todesopfer. Nach dem Kind ist jetzt auch der Vater tot. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, erliegt er am Vorabend seinen schweren Verletzungen in der Innsbrucker Klinik. Die Mutter und zwei weitere Kinder überleben das Unglück unverletzt. Gegen 17 Uhr ist es bei einem Bahnübergang an der sogenannten Egger-Kreuzung zu dem Unfall gekommen. Es dürfte sich ein Stau bis zur Straße hinaus gebildet haben. Der 35-Jährige aus Saudi-Arabien, der mit seiner Familie Urlaub gemacht hat, hält aber laut Zeugen nicht vor dem Bahnübergang an, sondern fährt auf die Gleise, woraufhin sich die Schranken schlossen. Die Familie wird durch Schreie von Zeugen gewarnt, als sich der Zug nähert. Während die drei Überlebenden, die 34-jährige Mutter sowie zwei Kinder im Alter von sieben und elf Jahren, rechtzeitig die Gleise verlassen konnten, wird der Vater und der vierjährige Sohn von einem Personenzug erfasst, obwohl sie es bereits aus dem Auto geschafft haben. Die 62 Insassen des Regionalzuges, der von Kitzbühel nach St. Johann unterwegs gewesen ist, werden nicht verletzt. Die ÖBB verweist gegenüber dem ORF Tirol auf ein Sicherheitssystem an beschrankten Bahnübergängen. Grundsätzlich soll ein Bahnübergang nie befahren werden, wenn die Ausfahrt nicht gesichert ist. Sollte man trotzdem in diese Situation kommen, muss man Gas geben. Die Schrankenbäume hätten Sollbruchstellen und würden abbrechen, wenn man mit dem Auto dagegen drücke, so ÖBB-Sprecher Christoph Gassermeier.